So Freunde, Freunde, wenn ihr jemals in den Genuss kommt und das zu sehen bekommt, so in der Form wie ich das gerade aufgemalt habe, steckt ihn wieder ein, lasst es sein, das hat echt keinen Sinn, ja, da würde ich lieber das weiter suchen. So ihr kleinen Schwingel, heute erklären wir euch nochmal, wie Skins4U funktioniert auf der Clans.de Clan Homepage von uns, könnt ihr jeden Sonntags Skins gewinnen, wir machen ja immer diese Folgen dazu, da könnt ihr sehen, was wir gezogen haben und was ihr gewinnen könnt. Der Kami hier auch mit dem Teamspeak. Jawohl, so schaut es aus und weil das ja öfters mal zu kleinen Verwirrungen führt, haben wir uns jetzt gedacht, wir machen extra nochmal hier ein kleines Tutorial für euch, damit ihr genau wisst, wie ihr gewinnen könnt und ja, ich würde sagen, Crown, fängt einfach mal an zu erklären und ich gebe einfach mal meinen Senf mit dazu. Genau, hier auf der Frontpage seht ihr immer das letzte Video, was wir gemacht haben und die letzten Skins, die ihr gewinnen könnt. Wenn ihr oben auf Winners geht, dann seht ihr immer ein Team mit der dazu passenden Episode, hier Episode 31.8 zum Beispiel, könnt ihr runterscrollen, wenn das hier geladen hat und dann seht ihr, wer hier gewonnen hat, ja. Hier zum Beispiel jetzt der Freaky Lama, werdet ihr jetzt der Freaky Lama, könntet ihr ganz einfach da oben aufs Forum gehen, da seht ihr wieder die Episode dazu und da packt ihr dann euren Trade-Link rein, so wie die Leute hier das gemacht haben, Steam Community Trade-Link reingepackt und dann schicken wir euch innerhalb von einer Woche die Skins. Genau. Das sollte eigentlich passen, wir haben so oder so nochmal ein Erklärbar-Video gemacht, was wirklich 5 Minuten ausführlich geht, das packen wir unten in die Channel-Beschreibung und da könnt ihr es auch nochmal angucken, falls ihr es jetzt nicht verstanden habt und ansonsten frohes Skins-Gewinn. Genau, alles klar. Peace. Jo von uns was ist das Sport, was geht ab? Ich bin der Kami. Jo, ich brüligenspritze der Crony, natürlich auch wieder mit am Stizzle und heute wird der Kami nicht malen, wie das genau funktioniert, erklärt euch heute die Spider-Monie. 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 Ja, also heute malt ihr zwei was für mich und ich muss es erraten, ich sehe beides von euch gleichzeitig und ja, der Erste, der entweder schneller malt oder schöner malt, bekommt den Punkt. Somit hat der, der drei Punkte hat, gewonnen und die Kisten werden aber heute ganz zum Schluss aufgemacht. Das heißt, der Gewinner 5 und der Verlierer 8. Okay, also wer als erstes drei Punkte hat, hat quasi dann gewonnen, ja? Genau. Um das ganze fair zu gestalten, hat der Kami natürlich eine Liste angefertigt, die zum Beispiel ist wie Apfel und Birne, ja? Dass du zwei Sachen hast, die aus dem gleichen Regiment kommen und leicht zu malen sind. Genau. Oder gleich schwer zu malen sind, ja? Wir haben auch ein paar Brocken mit reingepackt. Genau. Wie gesagt, ihr könnt alles für uns wieder gewinnen auf Clans.de, ja? Es bringt nichts, wenn ihr eure Handels-URL in die Videobeschreibung reinknallt, wie ihr das bei mir irgendwie alle immer macht. Ich weiß nicht warum. Beim Kami immer rein damit. Ihr könnt nur gewinnen, wenn ihr auf Clans.de in unserem Clan seid. Und ihr gewinnt einfach, indem ihr drin seid, ja? Dann werdet ihr bei Nachrichtig da. Ihr müsst natürlich immer mal wieder auf die Seite schauen, ja? Und da werden wir die Gewinner veröffentlichen. Also auf Clans.de abchecken. Link ist in der Videobeschreibung. Abchecken, anmelden und immer wieder gucken, ob ihr gewonnen habt. Und viel Erfolg dabei. Meinetwegen können wir jetzt anfangen. Ich wäre auch bereit. Ich auch. Okay, dann machen wir das erste Bild in 3, 2, 1, go. Rot. Fuck. Oh mein Gott. Eine Erdbeere. Ja, ich finde die Farbe nicht so schnell. Und eine Banane. Ach, come on. Ich habe es erraten. Erdbeere, okay. Ja, ich wie meine Banane aus. Katastrophe. So wie meine Erdbeere aus. Die Banane sah halt erstmal aus wie ein Penis. Und erst habe ich gedacht, deine Erdbeere sind die Glöten dazu. Aber gut. Oh mein Gott. Die Haare gegiviert. Ja. Oh Mann, ich habe auch nicht die passende Farbe gefunden. Wo ist denn hier gelb? Was ist denn hier los mit dem... Ganz unten. Gut, können wir mal mit dem zweiten Bild anfangen. Ja. Ich wäre bereit. Ich bin auch bereit. Die Spider-Monie chillt runter. Bereit, 2, 1. Malt für mich. Jeder von dem anderen Eck, ihr macht das. Ein Fisch. Eine AK. Jawoll. Ja, okay, okay. Da war ich ja noch gar nicht so alt. Easy. Warte mal gucken, ob du meiste auch gleich erkennen kannst. Ja, jetzt machen wir mich ja nicht. Da hat er die AK aus Papier gebrettert. Jetzt muss ich lachen, habe verzogen. Sogar mit Kipp und Korn. Kannst du meiste auch erkennen? Ja, deins ist... Was ist denn das? Das Gegenstück dazu. Lass mich nicht schenken. Das Gegenstück. Eine F4. Wirklich? Nein, so steht auf... Und du schaffst dann schon aus wie ein Fisch. Nice. Somit steht es 1, 1. Und wir machen hier ein neues Blatt Papier auf. Und dann können wir jetzt direkt die dritte Runde starten. Ich wäre bereit. Ich bin bereit. Die Monie chillt runter. Genau. Bereit? 3, 2, 1, los. Ein Auto. Jawoll! Wow! Also ich habe es bei Kami erkannt. Bei dir eher nicht so. Ja, warte mal. Bei mir kommt erst noch der Sattel. Ey, du siehst... Wenn du siehst, wie das hier aussieht, dass sie hier reden, dass das ein Auto ist, dafür kriegst du 100 Punkte, wo du nie erinnern kannst du es haben. Das ist so fucking was. So eine Scheiße. Aber da ist einer. 2, 1 für den Kami. Ja, Scheiße, verdammt der hier. Läuft auf jeden Fall. Okay, 3, 2, 1, los. Eine Schildkröte. Nein. Ein Auge. Ja. Was ist deins? Geil. Ein Mund. Ich meinte gerade die Lippen rot an. Achso, aber das ist doch... Du hast die Unterlippe, oder? Ja, ich war erst mal einer. Achso. Oh, danke. Danke. Ich wusste nicht, wie ich das so schnell so gut machen kann. Oh, Ausgleich 2, 2. Ich auch. Vorher habe ich auf Kunst gesetzt, aber jetzt geht es hier einfach nur um Schnelligkeiten. Ja. Aber sonst könnte man auch als Igel mit einem Riesenauge interpretieren. Okay. Nee. Okay, 3, 2, 1. Ja, warum sagst du nicht go? Was ist denn mit dir? Go, Penis. Ja. Und eine Vagina. Ja, du hast bei ihm noch zuerst geguckt. Mein Bild war doch schon lange fertig. Ey, meins war schon fertig. Ja, aber ganz ehrlich, das könnte auch irgendwas anderes sein. Nein. Einfach mal. Was ist denn los hier? So. Ey, du hast das da besser erkannt. Nein. Leichte Naturbehaarung. Naturbele, ja. Oh Gott, ihr könnt schon aufhören. Okay. So Freunde, Freunde. Wenn ihr jemals in den Genuss kommt und das zu sehen bekommt, so in der Form, wie ich das gerade aufgemalt habe, stecken wieder ein, lasst es sein. Nein, das hat echt keinen Sinn, ja. Da würde ich lieber das weiter suchen. So. Okay. Weil er malt hat einfach einen lila Penis. Immer um zu. Das soll Hautfarbe sein. Nein, oder? Ja, nice. Also gut. Gehen wir in-game. Crony, 3, 2 gewonnen, der Schlingel. Crony macht die ersten fünf Kisten auf. Danach werde ich acht Kisten öffnen. Wie immer, alles gibt es für euch. Und ja, sehen wir uns sofort in-game wieder. Alles klar, dann mache ich die ersten fünf Kisten für euch auf. Drückt mir die Daumen auf jeden Fall. Jo. Und als was wird die Caro denn eigentlich nächste Woche auftreten? Och komm, eins neben der Farmer. Oh, die Nekke. Ja, genau Leute, ihr könnt in die Kommentare wieder schreiben, als was die Moni nächste Woche sich verkleiden soll oder sich schminken, gestalten, wie auch immer. Als was, ja. Wo drauf habt ihr Bock? Wie wollte die Moni mal? Ich habe auch eine Prinzessin in den Kleid. Prinzessin in den Kleid. Ja, schreibt es einfach mal rein und dann schauen wir mal, ob wir die Moni dazu überreden können, das zu machen. Ich könnte mich auch mal... Nein. Ich weiß eh schon, welche Kommentare kommen. Machst du Kiste in Wasser auf, Kai? Ja, ja. Ich habe jetzt hier schon die zweite Nekke festgezogen. Nekke, läuft. Jetzt geht die dritte Kiste für euch auf. Komm, da musst du auch jetzt. Also... Ah, die gute Origami. Schade. Drei Kisten haben wir aber noch. Und der Kamil hat auf jeden Fall auch noch acht am Start. Jawohl. Ja. Und der Kamil zieht gut in letzter Zeit. Der zieht gut in letzter Zeit, ja? Äh, ne. Die ist auch nicht schlecht. Okay, das ist jetzt die letzte Kiste, glaube ich, oder? Hast du mit ihr, Moni? Nö. Das ist die letzte? Ne? Das ist zweimal... ...derette. Ah, nur blau. Ja. Schade. Okay. Ah, die letzte. Dann bin ich jetzt an der Reihe. Ich habe hier schon fünf Stück. Ich muss gleich noch drei Schlüsse nachholen, aber wir machen erst mal fünf Mal. Ich mache heute Breakout auf. Und wir starten. Und die erste Kiste geht auf. Schauen wir mal. Breakout habe ich Glück gehabt. Da habe ich schon ein schönes Knife rausgezogen. Ich hoffe, dass ich natürlich in der Skins4U-Folge auch mal ein schönes Knife für euch ziehen kann. Aber es geht erst mal mit einer SSG-Stat-Track los. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Nächstes Case wird geöffnet. Oh, okay. Die Nova Goy. Dann sind wir schon. Oh, die ist aber gut. Die habe ich auch. Purple. Nein. Die ist Purple, okay. Purple ist auf jeden Fall schon mal besser als Blau. Ja, ich gehe mal weiter hier. MP7. Schade, ist an der P250 vorbei. Da ist die MP7 geworden. So, next. Und auf mit ihr. Und auf deine Vagina bin ich nachher echt gespannt. Da freue ich mich dann aus für Arbeit. Ja, 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 ja. P90 Asimov, yes. Yes. Das ist schon mal ein richtig sicker Skin. Boah, die sieht nice, die sieht richtig fresh aus. Kommt, neuer Fabrik, neuer Fabrik, neuer Fabrik. Einsatz-Erprobe. Einsatz-Erprobe, leider. Aber ich schaue mal. Schaue schick aus, oder? Ja, die schaut wirklich nicht. Die hat auf jeden Fall eine gute Float Value, oder wie sagt man so schön? Ja. Geil, an alle Pro90-Spieler draußen ist auf jeden Fall ein Check-Pot. Die spiele ich auch, Pro90, die beste Waffe. Die ist auf jeden Fall auch gute 7 Euro ungefähr wert. Nice. Cool, haben wir schon mal gut gezogen. Richtig gut. Weiter geht's. Jetzt mach ich die fünfte Kiste auf. Schau, komm, da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Immer schön, linksblickend rückhalten, links-rechts-laufen, links-rechts-laufen. Eben brauchst du da gar nicht die Pro90-Kanalis. Die CZ-Auto. Aber auch die. Die ist aber, die ist aber, fuck you, minimalist. Okay, schade. So, okay. Ich, äh, drei Schlüsse brauche ich noch. Komm, das machen wir schnell. Zapp, zapp. Ich zieh dich ab. Zapp, zapp. Komm, komm in die Gänge hier. Jawohl, da haben wir sie. Und, sechste Kiste geht auf. Purple wieder, boah, ich zieh heute echt gut, ey. Einmal blau, bis jetzt glaube ich, nur. Ansonsten purple und einmal roh. Nice. Du ziehst zurzeit auch gut. Ich zieh immerhin. Also, P90, die ist geil. Ja, ich zieh dich echt auch. Das ist die Geilzeit pro 90. Ja, das stimmt. Oh, da war's ja pink. Ach, nochmal die SSG. Schade. Die Frage ist jetzt, wer von euch schlägt, wenn könnte ich die P90? So, die letzte Kiste von meiner Seite geht auf. Komm. Schade, das wird blau. P2000. Aber, wir haben trotzdem gut gezogen. Also, könnt ihr diese Woche auf jeden Fall nochmal richtig nice absagen. Ja, ihr seht hier, schön die P90, hauen wir raus. Die ganzen Purple und die blauen Skins natürlich auch. Ja, ich fange wieder an mit dem Schlusswort. Ich sage wieder mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wird mich über eine Bewertung, einen Kommentar freuen. Ähm, ja, ich bin raus. Ich übergebe an Chrony. Peace. Yo, hat mich auch wieder gefreut, dass ihr mit am Stüssel wart. Fleißig auf den Like-Button spritzen und denen klar, dass ihr eh plan reinkommt. Und dann gebe ich ab an die Moni. Ja, ich fand's auch wieder ganz toll. Und ihr habt eindeutig besser gemalt als ich. Ja. Ach wohl, die Spinne auf deinem Kopf, die sieht doch astrein aus. Ja, die habe ich schön gemalt. Ja, ich bin stolz drauf. Ja, mal schauen, was ich nächste Woche dann bin. Ja, komm doch mal näher ran. Dass die Leute es noch mal richtig schön sehen können. Ja, deine Stirn. Film mal deine Stirn. Stirnnahaufnahme. Ja, reicht schon. Ja, alles klar. Dann tun wir dir nachher so eine erotische Musik drunter packen. Ja. Oh ja, warte, ich schaue nochmal ganz erotisch so. Alles klar, es hat mir so. Ciao. Peace. Tschüss. Haut rein. Kaka, es gibt keinen geileren Scheiß. CSGOS Ginse und Gameplay geht's auch. Und ihr wollt noch mehr actionen? Dann klickt doch mal drauf. We say we are fine, we are fine. Sunny, day, dreams and we up now. Vodka, lemonade, I serve it up, it goes down. 75 degrees in a dope sound. All you need to live fine, to live fine. A little sunshine, cause you need it. A dose of rain, fuck.